Tropische Realität Tropische Realität, ein wahres Fest der Sinne. Eine paradiesische Aussicht grüßt das Auge, sobald man in das Herz des Hinterlandes entflohen ist. Grünende Reisfelde, inspirierender Friede, ein aufsehender Eindruck, wenn man die dunstigen Sphären der zentralen Bergregionen erklimmt, wo die Teeplantagen des Ceylon Tees riesige Flächen bedecken, soweit das Auge reicht. Stellen Sie sich vor, Sie wachen in diesem frischen Morgenduft auf, rund um Ihr Ressort-Hotel in den Bergen. Sri Lanka ist berühmt dafür, die Heimat einer speziellen Art von Elefanten, dem Elephas Maximus Maximus zu sein. Einige von ihnen halb wild und Besucher können ihnen auf armes Länge begegnen. Oder sie sind wirklich wild und erfreuen sich an ihrem Dämmerschoppen am Dschungelreservoir, respektvoll Abstand haltend, was immer noch eine denkwürdige Erfahrung gewährt. Sri Lanka hält so viel für den Naturliebhaber bereit. Trekking kann solch ein Spaß sein, die absolute Essenz von Serendipity. Das Echo einer antiken Kultur zu entdecken, ist ebenfalls ein Teil des Vergnügens, das den Reisenden erwartet. Diese Tempel und Monumente beschreiben ein reiches Erbe. Nicht nur an religiöse Sensibilität, sondern sie drücken auch enormen Reichtum an Steinmetz, Skulptur- und Wandmalereikunst aus, die man in den Überresten aus vorchristlicher und mittelalterlicher Zeit in den Zentren der nördlichen Zentralprovinz der Insel sehen kann. Die Vergangenheit ist nicht nur eine kraftlose Schwingung, eingefangen in diesen stillen Wächtern aus Stein. Die ehemalige Berghauptstadt Candy hat so viel, das lebt und strahlt und zurückgeht auf einige Jahrhunderte, die eine vergangene königliche Pracht schildern, die vor allem in der Zeit der jährlichen Sommerfestspiele niemals ihren Zweck verfehlen, alle zu entzücken. Ein Entrinnen in ein historisches Ambiente stellt in keiner Weise eine andere, sehr gegenwärtige Realität der Modernität der Metropole in den Schatten. Erstklassige Hotels bieten exzellente Einrichtungen, sowohl für den Geschäfts- als auch für den Urlaubsreisenden. Und das Erlebnis des Shopping wird auch von Touristen auf der Jagd nach Angeboten von Qualitätskleidung oder sogar einem schimmernden Edelstein für ihren persönlichen Schmuck geschätzt. Ein Hauch von Nachtleben ist Teil der städtischen Szene und sie ist mit Sicherheit die feinste in den Nieren, Alfresco oder in irgendeinem aus der Überfülle von exzellenten Restaurants und Clubs. Stellen Sie sich das prickernde Gefühl und den Gedanken vor, mit Geschwindigkeit über das Wasser zu gleiten oder nur zu schwimmen und sich in trägem Nichtstun zu ahlen und nicht zuletzt, ihre Hochzeit vor dem Hintergrund des blauen Himmels und sich wiegen der Palmen zu organisieren. Sicherlich wird all das und vieles mehr dazu beitragen, dieses Zeichensetzen der Ereignis noch unvergessener und ihre Hochzeitsreise noch denkwürdiger zu machen. Seit undenklichen Zeiten haben Sandstrände ausgedehnt und verführerisch buchstäblich Zehntausende von Sonnenanbetern angelockt, verteilt rund um die Inseln, sonnig oder weißglühend, fast das ganze Jahr hindurch. Selbst bei Einbruch der Dunkelheit wird Ihr Urlaubserlebnis niemals wirklich aufhören. Nicht hier, in diesem Land wie kein anderes.